Kurz vor den Klausuren saß ich immer vor einem riesen Berg an Folien und Skripten. Ich habe da total den Überblick verloren und mir lief auch noch die Zeit davon. Ich war total gestresst. Wenn ich ehrlich bin, lasse ich mich meistens von meinem Handy ablenken, beziehungsweise Netflix. Ich mache seit Neuestem jetzt auch noch einen Nebenjob, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Bin jetzt aber total gestresst und habe nicht mal mehr Zeit für meine Freunde. Ja, vor allem wenn es abends auch etwas später wird, lasse ich dann meistens am nächsten Tag die erste Vorlesung auch sausen. Ich stelle mich kurz vor, ich bin die Gloria, ich bin 19 Jahre alt. Ich studiere jetzt im zweiten Semester Wirtschaftspsychologie an der TH Schaffenburg und sitze heute hier mit einem ganz besonderen Gast, meiner ehemaligen Dozentin in Selbstmanagement, die Frau Wissel. Und ich freue mich, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Es ist eine große Ehre.